Die Ressourcen auf unserem Planeten sind begrenzt, unser Ökosystem eine zerbrechliche Konstruktion. Trotzdem verbrauchen wir Schweizer dreimal mehr Energie als der Weltdurchschnitt. Es gibt aber auch Menschen, die mit Fantasie, Erfindergeist und konsequentem Handeln neue Wege gehen. Wir nennen sie die Helionauten. Und dies ist ihre Charta. Helionauten befreien sich von fossilen und nuklearen Energiequellen. Sie produzieren einen wesentlichen Teil ihres Energiebedarfs mit der Sonne. Helionauten nutzen erneuerbare Energie dann, wenn sie verfügbar ist. Helionauten kennen ihren jährlichen Energieverbrauch und verfügen dadurch über ein Bewusstsein für graue Energie. Helionauten reduzieren ihren Energieverbrauch. Helionauten befriedigen ihr Bedürfnis nach Mobilität mit geringem energetischem Aufwand. Helionauten sind Vorbilder und verbreiten in ihrem Umfeld einen positiven und suffizienten Lebensstil. Gerne erzähle ich noch mehr aus dem Leben der Helionauten. Dazu braucht es jedoch Signale von dir. Auf der Webseite helionauten.ch erwarten wir dich, deine Geschichten und deine Teilnahme. Ernenne dich selbst zum Helionauten und werde Teil einer Bewegung, die unser Planet unbedingt braucht. Helionauten Bist du auch schon dabei? Bist du auch schon dabei? Bist du auch schon dabei?